Im heutigen VPN-Vergleich gibt es eine Reihe wichtiger Updates bei Top-Anbietern, die deine Entscheidung bei der Wahl des besten VPN für den PC definitiv beeinflussen können. Von verbesserten Paketen bis hin zu neuen Funktionen gibt es in diesem Video eine Menge neuer Informationen. Also schauen wir mal rein. Wenn ich Top-VPN-Dienste vergleiche, ist der erste und wichtigste Faktor, den ich analysieren muss, natürlich die Sicherheit. Ist jeder Anbieter in der Lage, meine persönlichen Daten und Online-Aktivitäten so gut wie möglich zu schützen? Tja, als ich meine Top-VPN-Auswahl zusammengestellt habe mit NordVPN, Surfshark VPN, ExpressVPN, CyberGhost und Norton VPN, habe ich festgestellt, dass fast alle von ihnen die gleiche Verschlüsselung verwenden. Bedenke, dass sich nicht alle Anbieter auf dem Markt für diese modernen Verschlüsselungsstandards entscheiden und der Unterschied zwischen einer schwachen und einer starken Verschlüsselung ist ein bisschen so wie ein Haus aus Stroh im Vergleich zu einem Backsteinhaus. In welchem würdest du deine privaten Daten lieber aufbewahren? Eben. Ein weiterer entscheidender Faktor für maximalen Datenschutz sind die reinen RAM-Server, die bei jedem Neustart alle Daten löschen, um sicherzustellen, dass die Nutzerdaten niemals gespeichert werden. Fast alle meiner besten VPN-for-Windows-Anbieter bieten dies an, außer Norton, die sind was das angeht, noch nicht mit von der Partie. Darüber hinaus hat jeder dieser VPN-Anbieter eine strenge No-Logs-Politik, wobei Nortons noch von unabhängiger Seite geprüft werden muss, im Gegensatz zu allen anderen. Der nächste Faktor, der sich darauf auswirkt, wie privat dein Anbieter ist, hängt von seiner Zuständigkeit ab. Es gibt einige Länder, die Teil von Geheimdienst-Allianzen sind, was bedeutet, dass ein Anbieter keine andere Wahl hat, als die Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer herauszugeben, wenn eine Regierung das einfordert. NordVPN, ExpressVPN und CyberGhost haben ihren Sitz alle in Ländern mit datenschutzfreundlichen Gesetzen, aber die Standorte von Surfshark und Norton sind beide Mitglieder von Geheimdienst-Allianzen. Auch wenn es schön gewesen wäre, wenn sie sich für eine privatere Basis entschieden hätten, versprechen ihre No-Logs-Richtlinien trotzdem, dass sie überhaupt keine Daten gespeichert haben, beziehungsweise speichern, die weitergegeben werden könnten. Aber gut, eine der wichtigsten Funktionen auf meiner Liste ist natürlich ein Kill-Switch, mit dem alle heutigen Anbieter ausgestattet sind. Dieser fungiert als Plan-B-Backup. Das heißt, wenn es jemals zu einer Instabilität mit dem VPN kommen sollte, trennt es dich von deinem Netzwerk und stellt sicher, dass deine tatsächliche Verbindung nicht offengelegt wird. Wie du also siehst, bieten alle diese Optionen bei der Suche nach dem besten VPN für PC großartige Sicherheitsmaßnahmen. Zugegeben, Norton VPN hat noch Nachholbedarf, was die Prüfung der No-Logs-Richtlinie angeht. Aber da dieses Unternehmen auch ein so angesehenes Antivirenprogramm betreibt, können wir das wohl guten Gewissens auch vernachlässigen. Und hey, denkt auch dran, dass alle VPNs aus diesem Video eine Geld-Zurück-Garantie für ihre Tarife anbieten. Also ist es im Grunde genommen risikofrei, sie auszuprobieren. Und falls du dann feststellst, dass es dir gefällt, blenden wir einen Rabattcode auf dem Screen ein, mit dem du die Abos zu günstigeren Preisen abschließen kannst. Abgesehen von optimalen Sicherheitsmaßnahmen ist der nächste wichtige Faktor bei der Suche nach dem besten VPN 2024 die Geschwindigkeit. Denn egal wie sicher ein VPN auch sein mag, wenn es kein schnelles Surferlebnis bietet, haben wir auch nicht wirklich was davon. Ganz allgemein gilt bei den meisten VPN-Diensten, je weiter der Server von deinem Standort entfernt ist, desto mehr sinkt die Geschwindigkeit. Wenn ich mich also in Europa befinde, bieten meine lokalen Server wahrscheinlich die schnellste Verbindung und Server in den USA sind fast genauso schnell. Bei Servern auf der anderen Seite des Globus, zum Beispiel in Japan, kann die Geschwindigkeit aber etwas stärker beeinträchtigt werden. Deshalb habe ich mal ein paar Geschwindigkeitstests mit allen fünf Anbietern auf fünf internationalen Servern durchgeführt, um zu sehen, wie schnell sie im Allgemeinen sind und wie gut sie auf Servern mit großer Entfernung funktionieren. Wie bei vielen VPN-Review-Videos zeigte auch in meinen Tests NordVPN mit die schnellsten Geschwindigkeiten. Dicht gefolgt von Surfshark das fast identisch Abschnitt. ExpressVPN belegte den dritten Platz mit immer noch sehr beeindruckenden Geschwindigkeiten und CyberGhost wurde vierter. Norton zeigte zwar die langsamste Leistung von allen, aber auch sie reichte immer noch aus, um all meine Online-Aktivitäten ohne Verzögerungen auszuführen. Gut, wir haben also festgestellt, dass ordentliche Sicherheit und Geschwindigkeit ein absolutes Muss sind. Aber ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass auch die Möglichkeit, auf geoblockierte Streaming-Dienste zuzugreifen, eine wichtige Komponente bei der Suche nach dem besten VPN 2024 ist, oder? Leider war aber kein Tool in der Lage, alle Hindernisse zu umgehen, die Streaming-Plattformen an VPNs stellen können. Lass mich daher gerne mal in den Kommentaren wissen, wie oft du bei der Nutzung eines VPNs auf Streaming-Probleme stößt und was du tust, um sie letztendlich zu lösen. Im Detail lieferte Surfshark beim Streaming die besten Ergebnisse, da die App problemlos auf geoblockierte Inhalte auf allen wichtigen Streaming-Plattformen zugreifen konnte. NordVPN kam mit sehr ähnlichen Ergebnissen auf den zweiten Platz. Auch die anderen Apps waren erfolgreich, wenn es darum ging, die wichtigsten Plattformen zu erreichen. Wenn es allerdings um Nischen-Plattformen ging, musste ich den Server wechseln oder die Einstellungen ändern, bevor ich endlich auf die gewünschten Inhalte zugreifen konnte. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Qualität der Videos anfangs hin und wieder ziemlich schlecht war, wobei das Ganze nach ein paar Minuten dann plötzlich besser wurde. Okay, wenn du dich jetzt fragst, welche anderen Aspekte bei der Frage, welches ist das beste VPN für Streaming wichtig sind, würde ich sagen, dass du dir die Anzahl der Server und die Standorte genauer ansehen solltest. Je mehr Server es gibt, desto geringer ist die Gefahr einer Überlastung und je mehr Länder du zur Auswahl hast, desto mehr internationale Inhalte kannst du streamen. Nachdem wir nun also einige der wichtigsten Komponenten dieser besten VPN-Anbieter vorgestellt haben, soll es nun darauf ankommen, welche Funktionen in den einzelnen Abonnements enthalten sind. Für viele ist diese Kategorie das Zünglein an der Waage, wenn es um die endgültige Entscheidung geht, denn bestimmte Funktionen und Tools können dein Online-Erlebnis deutlich angenehmer machen. Zunächst mal spielt die Anzahl der gleichzeitigen Geräteverbindungen für viele eine große Rolle für den Wert des Tarifs des jeweiligen Anbieters. Wenn du, wie ich, nicht nur einen PC, sondern auch einen Laptop, ein Tablet, ein Arbeitstelefon und ein Privattelefon hast, dann ist es wichtig, dass du all diese Geräte abgedeckt hast. Wie du siehst, bieten all unsere VPNs eine gute Geräteabdeckung, wobei Surfshark hier sogar einen unbegrenzten Schutz bietet. Und eine weitere Möglichkeit, wie Anbieter ihr VPN-Angebot wirklich hervorheben können, ist die Einbindung einer Vielzahl von Spezial-Servern. Diese maßgeschneiderten Optionen sind sehr praktisch, denn sie helfen bei bestimmten Aufgaben. Wie zum Beispiel doppeltem Schutz oder Verschleierung. Welches ist also das beste VPN bezüglich Spezial-Servern? Ja, bei der heutigen Auswahl muss ich da definitiv Nord, VPN und Surfshark den Vorzug geben. Sie bieten eine sehr ordentliche Auswahl an Optionen, während CyberGhost, ExpressVPN und Norden im direkten Vergleich etwas hinterher hinken. Eine Funktion, die aber alle Anbieter gemeinsam haben, ist Split-Tunneling. Das ist eine super Option, wenn du bestimmte Websites oder Apps aus dem VPN herausfiltern und gleichzeitig den Zugang zu deinen lokalen Inhalten aufrechterhalten möchtest. Und klar, auch wenn einige Funktionen nicht unbedingt ein Muss sind, so erhöhen sie doch den Wert und machen dein Online-Erlebnis um einiges besser. Zum Beispiel das Werbeblocker-Tool, das alle heutigen VPNs am Start haben. Es hält lästige Werbung in Schach und verhindert gleichzeitig, dass Tracker Daten über meine Online-Gewohnheiten sammeln. Surfshark hat außerdem noch eine neue und einzigartige Funktion namens Alternative ID, die die Online-Anonymität auf eine neue Ebene hebt. Mit dieser Funktion kannst du eine neue Cyber-Identität und E-Mail-Adresse erstellen, damit deine echten Identitäten sicher verborgen bleiben. Diese Funktion lässt sich auch sehr gut mit der Alarm-Funktion kombinieren, die uns User benachrichtigt, wenn unsere persönlichen Daten gestohlen wurden. Wir können also feststellen, dass die besten VPN-Service-Optionen immer eine Menge nützlicher Funktionen und Tools mitbringen. Allerdings solltest du auch bedenken, dass es innerhalb der einzelnen Anbieter ein paar plattformübergreifende Unterschiede geben kann. Bei Norton haben Mac, Windows und Android-Nutzer zum Beispiel nur Zugang zu einem einzigen Tunneling-Protokoll. Außerdem sind Funktionen wie Split-Tunneling und der Kill-Switch nicht enthalten. Surfshark hingegen bietet gleich zwei verschiedene Apps für Mac an, von denen du eine von der Website und eine andere direkt aus dem App-Store herunterladen kannst. Beiden fehlt allerdings die Split-Tunneling-Funktion und der Zugang zu den Protokollen variiert, je nach App, die du wählst. Und wie Surfshark hat auch NordVPN zwei verschiedene App-Optionen für Mac im Repertoire. Der Kill-Switch funktioniert in diesem Fall aber auch nur für bestimmte Apps. Der Hauptunterschied bei CyberGhost ist, dass die macOS-Version keinen Kill-Switch hat und davon abgesehen bietet ExpressVPN kein Split-Tunneling auf Mac 11 und höher. Es ist also nicht ganz unwichtig, diese Faktoren im Hinterkopf zu behalten, je nachdem, welche Funktionen für dich Priorität haben und auf welchem Gerät du deine App hauptsächlich nutzen wirst. Und letzter Faktor, auf den du bei der Wahl des besten VPNs für dich unbedingt achten solltest, ist natürlich der Preis. Bei allen Anbietern gibt es verschiedene Pakete, die alle unterschiedliche Funktionen beinhalten. Klar ist, dass die längeren Tarife am günstigsten sind, da der Preis im Allgemeinen sinkt, je länger das Abo läuft. Norton ist einer der günstigsten Anbieter und du kannst den Preis pro Gerät an deine Bedürfnisse anpassen. Der günstigste Tarif von CyberGhost ist auch eine super Option, wobei der Tarif von Surfshark nur ein bisschen teurer ist und dann deutlich mehr Funktionen enthält. Der Zweijahrestarif von NordVPN ist die günstigste Option hier und dieser liefert gleich ein komplettes Cybersicherheitspaket. ExpressVPN bietet zwar einen 1a-Schutz, ist aber der teuerste Anbieter und sein längster Tarif geht nur über 12 Monate. Aber letztendlich gilt, alle Tarife, die ich gerade aufgelistet habe, haben ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Du musst dich letztendlich nur entscheiden, welcher Tarif am besten zu deinen persönlichen Bedürfnissen passt. Wenn dir dieses Review bei der Auswahl deines nächsten VPNs geholfen hat, dann kannst du gerne einen Daumen nach oben dalassen und abonnieren, denn wir laden wöchentlich gleich mehrere Inhalte wie diesen hoch. Und wir stehen außerdem kurz davor, 10.000 Abonnenten zu erreichen, also hilf uns gerne dabei, diesen Meilenstein zu erreichen. Vielen Dank! Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Top-VPN den Nutzern maximale Sicherheit, hohe Geschwindigkeiten und eine Fülle von nützlichen Funktionen bieten sollte. Und genau das tun alle heute unter die Lupe genommenen Apps, wobei NordVPN und Surfshark insgesamt am allerbesten abschneiden. Ihre Leistung und ihre Preise entsprechen genau dem, was die meisten User suchen, während die anderen Anbieter hier und da noch etwas Nachholbedarf haben. Ich rechne jedoch fest damit, dass sie alle in nächster Zeit große Fortschritte machen werden, denn NordVPN ist zum Beispiel der neueste Anbieter und hat in jüngster Vergangenheit bereits große Meilensteine erreicht. Also, dranbleiben lohnt sich und ich sage danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal!